Weimaraner, Hunderasse. Die 10 wichtigsten Fakten. Heute dreht sich alles um den Weimaraner. Ich habe für dich die wichtigsten Fakten zusammengefasst und stelle dir den Weimaraner vor. Bevor es losgeht, noch eine kurze Einleitung. Der Weimaraner ist eine elegante, athletische und intelligente Hunderasse, die ihren Ursprung in Deutschland hat. Sie wurden ursprünglich als Jagdhunde gezüchtet und sind für ihre ausgeprägte Loyalität und ihren Schutzinstinkt bekannt. In diesem Hunderasseporträt wirst du mehr über diese faszinierende Hunderasse erfahren und warum sie so viele Menschen begeistert. Geschichte des Weimaraners Der Weimaraner entstand im 19. Jahrhundert in Deutschland und wurde von Adligen und Jägern als vielseitiger Jagdhund gezüchtet. Die Rasse wurde zur Jagd auf Großwild wie Hirsche, Wildschweine und Bären eingesetzt, später jedoch auch für die Jagd auf kleineres Wild wie Vögel und Hasen verwendet. Der Weimaraner wurde nach der Stadt Weimar benannt, in deren Umgebung die Rasse entstand. Wesenszüge und Charaktereigenschaften Der Weimaraner ist ein selbstbewusster, intelligenter und energiegeladener Hund. Sie sind loyal und anhänglich gegenüber ihrer Familie, können jedoch gegenüber Fremden zurückhaltend oder misstrauisch sein. Die Rasse benötigt eine konsequente und liebevolle Erziehung, da sie ihren eigenen Kopf haben kann. Mit ausreichender Sozialisierung entwickeln sie sich zu zuverlässigen und ausgeglichenen Begleitern. Passt der Weimaraner zu mir? Der Weimaraner ist ein anspruchsvoller Hund, der sich eher für erfahrene Hundehalter eignet. Sie benötigen viel Bewegung und geistige Auslastung, um glücklich und ausgeglichen zu sein. Die Rasse eignet sich gut für sportliche Menschen und kann auch ein guter Begleiter für Joggen, Radfahren oder Wandern sein. Wenn du einen Weimaraner in deiner Familie aufnehmen möchtest, solltest du mit einem Preis von 1000 bis 2000 Euro rechnen, wenn du ihn von einem seriösen Züchter kaufen willst. Wie halte ich einen Weimaraner? Erziehung und Entwicklung des Welpen Weimaraner sind intelligente Hunde, die eine konsequente und liebevolle Erziehung benötigen. Da sie einen starken Schutzinstinkt haben, ist eine frühe Sozialisierung besonders wichtig, um Probleme im späteren Leben zu vermeiden. Eine positive Verstärkung und Belohnung fördert das Lernen und stärkt die Bindung zwischen Hund und Halter. Wie viel Beschäftigung braucht der Weimaraner? Der Weimaraner benötigt tägliche, körperliche und geistige Auslastung. Lange Spaziergänge, Wanderungen oder sportliche Aktivitäten sind ideal, um den Hund auszulasten. Intelligenzspiele und Nasenarbeit können auch dazu beitragen, den Hund geistig zu fordern und zufrieden zu halten. Gesundheit und Pflege Die Fellpflege des Weimaraners ist recht einfach, da ihr kurzes Fell nur gelegentliches Bürsten erfordert, um abgestorbene Haare zu entfernen und die Haut gesund zu halten. Die Rasse neigt dazu, weniger zu haaren als viele andere Hunderassen. Achte darauf, Ohren, Augen und Krallen regelmäßig zu kontrollieren und zu pflegen. Weimaraner können anfällig für bestimmte gesundheitliche Probleme sein, wie zum Beispiel Hüftdysplasie, Magendrehung, Torsion und einige Augenerkrankungen wie Entropium oder Ektropium. Eine verantwortungsvolle Zucht und regelmäßige tierärztliche Untersuchungen können dazu beitragen, das Risiko solcher Erkrankungen zu minimieren. Interessantes und Wissenswertes Der Weimaraner ist eine vielseitige Rasse, die sowohl als Jagdhund als auch als Familienhund eingesetzt werden kann. Dank ihrer Ausdauer und körperlichen Stärke sind sie auch gute Begleiter für sportliche Aktivitäten und können in Hundesportarten wie Caneycross oder Mantrailing eingesetzt werden. Die Rasse ist bekannt für ihre silbergrauen Augen, die in Kombination mit ihrem glänzenden, silbergrauen Fell ein auffälliges Erscheinungsbild ergeben. Die Weimaraner haben eine hohe Lernfähigkeit und sind oft erfolgreich in verschiedenen Hundesportarten wie Obedience, Agility und Schutzhundarbeit. Das waren auch schon die wichtigsten Punkte zum Weimaraner. Danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal, deine Hundefreunde von Hunde Fantastisch!